Wir sind in dieses Studio und das war echt schön, da gibt es eine Videokassette von. Die gute Nachricht, ich war schlank und hatte viele Haare. Ende der guten Nachrichten. Wir haben dann da gestanden und das war irgendwie so ein Spiel, da hieß es dann, wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt, nennen sie einen Begriff, sie verbinden mit Sommer. Und ich so, äh, Sand war nicht dabei. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war Sand nicht dabei. Dann war ich raus und dann kam mein Großbruder, der intelligenteste Mensch der Familie. Da hieß es auch, Herr Sträter, wir haben 100 Menschen auf der Straße gefragt, nennen sie einen Begriff, sie verbinden mit Sommer. Und mein großer Bruder hörte sich diese Frage an. Er nahm sie ganz auf. Dann blickte er in die Kamera. Lange. Und dann sagte er, bis wann brauchen Sie das? Und da wusste ich, 100.000 Euro vielleicht nicht mehr. Ich glaube es gibt eben keine Karte. Ich bin ein paar� Stunden. Und daeters vielen Dank. Also ich glaube, dass ich jetzt noch nicht das ist, Aber dann sollte ich nicht logen. Ich bin ein paar Jahre alt.